Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digit Adventure in der Region Ägypten. So, ja. Oh, hier muss man wieder denken. Gut. Dann denke ich mir mal, dann wird eine etwas härtere Nummer wirklich hier. Oh, ja. Ähm, nee. Ah, nein. Was machst du denn für den Kack da? Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Das war's. So, damit war das weg. Wir haben auf jeden Fall eins. Markieren, achso, ja, okay, die sind ja, die sind wohl vorgegeben, ja. Dreimal blau, ja, okay, dann habe ich das richtig gesehen. So, einmal, zweimal. So, und das, das war die Nummer drei. So, na, so, jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Und ich habe dich. Und dann mache ich jetzt noch einmal den. Und einmal den. Das war ein Schlüssel, danke. Okay. Dann mache ich doch einfach mal. Das. Na, noch ein weiter. Die einzige sinnvolle Erklärung, die ich habe. Da passiert nicht halt, was haben wir hier, um einen Mann zu erleuchten, um eine Frau zu erleuchten. Ah, okay, um einen Mann zu erleuchten. Ja, aber, muss ich denn? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sind aber ein paar mehr, ja. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ja, okay. Das war wirklich nur. Wenn das so ist, ja. Achso, Moment. Ja gut, dann machen wir erst mal hier drüben. Achso, das war da oben die Kiste. Okay, gut. Ja. Ja, dann haben wir hier. Einmal dich. Einmal dich. Einmal dich. Na. Einmal dich. Da hoch. Und einmal dich da hoch. Einmal die Kiste. Ach, hier fehlt noch eine ganze Ecke. So. Und das waren... Ne, auch noch nicht. Haha. So, jetzt geht es hier weiter. Was haben wir hier? Okay. Dann... Mache ich auch direkt hier rum. Das geht da rum. Okay, dann... Okay. Jetzt geht es hier weiter. Okay. Okay. Okay, dann geht es. Jut. Ja, jetzt geht die Lauferei hier schon wieder los. Und ich befürchte mal, ich muss, um da runter zu kommen, gleich wieder hin und rüber. Ja, okay, ich muss ja dann nachher so und so wieder da hoch. So. So. Das war der dritte Schlüssel. So. Ähm. Jetzt kann ich da unten rum. So. 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 Und dann bedanke ich mich für euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen, auf YouTube, auf Twitch und auf Kik. Bis zur nächsten Folge und tschüss, sagte Toto. Cool. Cool.